Jungs, das ist mein Dad, Michael Jackson. Jefferson, Michael, Jefferson, genau. Hey, wollt ihr mit mir spielen? Klötern wir auf den Baum. Los, steigt auf den Baum, steigt auf den Baum. Kennt ihr schon meinen Zauberbaum? Ja. Dort kann ich träumen und empfiehen. Na kommt, ich zeig euch jetzt meinen Zauberbaum. Schöne, Mona. Dort wird gelacht, gespielt, geschrien. Die Fantasie. Mr. Jefferson, ihr Sohn kommt nicht rauf. Und wenn du willst, dann träum dich. Mr. Jefferson? Du kannst Pirat sein oder es da im Rampen liegt. Ja, Schöne, Mona. Wir können dort alles tun. Und ich mein alles tun. Ja, Schöne, Mona. Auf meinem Zauberbaum. Hi, hi, hi. Oh. Klasse, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Es fühlt sich immer alles, solange man weiß, dass man die Macht besitzt. Dinge zu ändern. Jeder Mensch hat in sich die Kraft, sich zu ändern dauerhaft. Alte Wunden können heilen und dann bist du bekehrt. Niemand sagt, es wäre leicht. Doch irgendwann ist es so weit. Und dir wird klar, böser Missbrauch ist echt verkehrt. Das ist so weit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017